Yo, hey Freunde, was geht? Wir zocken heute den neuen Modus Trupperoberung, Leute. Das ist ja der neue Modus, der jetzt dazugekommen ist mit dem letzten Patch. Und ja, da kann man sich natürlich auch die ZK, die neue Medic-Waffe freispielen, die ich übrigens empfehlen kann. Die macht wirklich Bock. Ich wollte euch nur mal sagen, Leute, hier der neue Trupp-Modus, Trupperoberung. Der neue Modus, der in Battlefield 5 erschienen ist. Wunder 1. Viel Spaß, Freunde. Und dann muss das... Ja, und trotzdem muss alles dunkel sein. Nee, es haut hin so. Ich zocke mal mit Bildschirmen aus. Macht man das nicht so? Ja, und auf volle Pulle musst du sie stellen. Er liegt schon wieder da. Brainwish. Hey, sie liegen alle da. Mann, wie schlecht muss man dann in diesem Spiel sein? Hab ich schon. Und? Wie ist es? Ja, nach nach Hause. Im Raum, ja. Schreibtisch. Schreibtisch wieder im Raum. Er hat ne Gewehr 43. Fick den Hurensohn. Ja, komm Junge. Schrift den Tiber, Junge. Er ist echt ein witzender Sohn, ey. Er schreibt uns ja gar nicht an. Na ja, mit einer VR-Brille, Zocker und Resi 7, ja. Ist mega geil, aber die wird schwindelig. Die wird schwindelig und schlecht. Ja, der Körper ist gar nicht dafür ausgelegt, für sowas. Ich würde, glaube ich, von Anfang an da erstmal einen Herzenfakt bekommen. Ja, du bewegst, du bewegst dich nicht, du sitzt, aber kannst halt in-game alles machen, weißt? Du läufst, drehst dich. Das ist ne Kopfsache. Ich weiß nicht, als ob du es selbst wärst. Ja, ist ne Kopfsache. Du sitzt eigentlich im echten Leben und bewegst dich im Spiel mit allem. Hey, Alter. Das haut halt einmal nicht hin, weißt? Das ist das Problem. Und da wird dir echt schwindelig dann kurz. Also, ich hab das mal ne... Das ist mega gut, ne? Das ist mega cool, ne? Aber durchspielen... Hab ich mir damals für 500 Euro gekauft und hab sie vielleicht zehnmal ausprobiert. Immer nur für ein paar Minuten, so, weißt? Also, das ist mega gut. Lohnt sich auch, finde ich, aber... Ja. Wo geht ihr hin? Ich bin mal... Achso, scheiße. Jetzt bin ich wieder nicht gespawnt. Och, Mann! So, dass wieder ewig ich hier reinkomme, Alter. Jetzt geht mir den Sack. Wie gehst du mit der Warteschlange? Katja, ist vorhin mit mir. Da kommt sie rum, da. Der nächste kommt auch. Kommt der nächste. Bleib nochmal liegen, dann kann ich dir sagen, Ja, mach schnell, ich kann nicht mehr machen. Ich hab den anderen auch. Mach schnell, mach schnell, mach schnell. Jetzt kommt wieder einer, mach schnell. Ich fixe sie alle weg. Sie kommen rum und denken, sie sind cool, aber sie sind nicht cool. Und einfach nur hässlich. Hier vorne sind sie. Und hinter mich... Alter, wie können die jetzt davon hinter uns kommen? Schreibtisch. Was sind das für Spornpunkte, ey? Das ist doch... Spornpunkte. Ja, weil ich... Weil ich sein Name sehe, schreit mich an... Sporn. Sporn. Ich sporn jetzt bei dir. Sporni, Sporni. Und lass zu A. Zocker, wie sieht's denn mit dir aus? Warteschlange 8 oder was? Nee, Warteschlange 1. Also immer noch. Ich wäre kurz ja schon mal reingekommen. Dann geht das wieder nicht. Diese AMK-Notenkinder, die wollen natürlich ihre Camperfähigkeiten hier unter Beweis stellen und müssen jetzt hier natürlich auch drunter bleiben. Ja, und können sie aber nicht. Das ist das Problem für sie. Ihre Abfuckfähigkeiten müssen sie hier unter Beweis stellen. Deswegen müssen sie jetzt hier mitspielen, Ewigkeiten. Immer wenn der durch diese scheiß Durchsage, dann machen wir gut gekämpft, verstehe ich mal, gut gekämpft. Gut gekämpft. Ich bin kein Hulensohn. Gut gekämpft, Arschloch. Ich bin kein Hulensohn. Ich hab gleich die... Alter, ich hab gleich die Hilfskill-Aufgabe fertig, bevor ich die Aufgabe mit den Sporn fertig hab. Keine Heilung mehr. Ich hab nur drei Leif. Hier sind irgendwo welche. Boah, da sitzen die zu zweit. Zwei Leute, Gulda. Ich hab's schon mal. Schreibtisch, Digga, du Hulensohn. Das ist echt ein Bastard. Ich nehm das übrigens grad auf. Du siehst... Wie deutlich hat das ausgesprochen. Ja, Cardi, dein Sporn ist mit bei. Geil. Ich seh den nicht mal dahinten. Mh, läuft ja. Nur wenn die Gründe gut läuft. 1. erster Platz könnte was werden mit dem Hochladen. Schneid mich raus. Verklag dich. Oh, hier in der Bahn. In der Bahn, in der Bahn drin hier. Das ist mein geistige Eigentum. Alter, wir sind nach Captain, ey. Geil. Einer drinnen, einer draußen. Zack, sehr schön. Der liegt schon wieder auf dem Boden. Einmal rein, einmal raus. Warte mal, Cardi. Warte mal, warte mal. Ich hab das Ding fertig. Alter, wie geil ist das denn? Oh, nein. Ich blieb wieder zusammen. Da ist noch einer. Oh nein. Granate, nein, nein, nein. Nicht auf die Granate. Das muss ich als nächstes machen. Versorge fünf mal Verbündete? Hä, das habe ich doch gerade gemacht. Lasse fünf, erringe einen Trupp auf 15.000 Punkte. Wo ist denn? Bewegen sich alle wieder. Bis dein Hurensohn da, das KG, oder wie der heißt. Oder kann die Kingen, oder? Komm mal Hurensohn. Bis dein Hurensohn. Chris fühlt sich gleich angesprochen. Komm, 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 komm. Schalt durch, hallo. Irgendwo hat einer geschossen gehabt, oder? Oder wird ein Kind jetzt. Ach, wir sind schon fertig jetzt hier, dann müssen wir zu B jetzt schnell. B. B wie Bastard. B wie Bastard, schnell zu B. 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 Er kann mich eigentlich gar nicht sehen, aber er sieht mich trotzdem, das ist ein Profi-Spieler. Oh, dein Sohn. Da stand noch einer hinterm Auto, Mann. Du musst unbedingt einen Huhn-Sohn-Timer reinmachen. So einen Zähler, Mann. So einen Huhn-Sohn-Zähler. Oh, nächste Aufgabe fertig. Da brauchst du ja einen Millionen-Milliarden-Bereich, um auf den Wien zu sagen, gezwungen werden erst zu sagen. Müssen wir hin, was brauche ich denn jetzt für eine Aufgabe? Keine Ahnung. Ah, Ringe in Trupp, 15.000 Punkte, ja. Die verteidigen ihn müsste jetzt, ja. Ja, genau. Ist jetzt vorbei. Ist gar nicht, weil sie jetzt nichts machen soll. Muss ich jetzt gleich mal gucken. Also C wird geholt. Okay, dann gehen wir zu C. C wie Fortnite. Wann gibt's wieder Vorteile? Pass auf, da sind welche, pass auf, da sind welche. 14,1. Na vorne erstmal einer. Schönes Ding, schönes Ding. 14,1. War nicht so gut, die Runde. AMK-Schreibtisch, dieser Hundesohn. Kannst wegschmeißen in die Runde. Alter, wie die erste Runde. Ja doch, nur weil wir nicht in einem Squad waren. Ja, Camper werden wieder belohnt. Camper werden wieder belohnt, man. Ist immer das gleiche hier im Spiel, immer das gleiche. Ja, das ist nervig, ey. Oh, Alter. Naja, gutes Ding. Ja. 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 Ja.